Wie bin ich da hingekommen? Also ich bin jetzt nicht eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, ich bin jetzt keine Steuerberaterin mehr, ich werde Softwareentwicklerin, sondern in der Kanzlei hatten wir einfach diese praktischen Probleme. Meine Mitarbeiter sind zu mir gekommen und haben gesagt, mach was, Emmi, du machst doch sonst auch immer alles. Das gipfelte bei uns halt darin, dass wir betreuen recht viele Friseurmandate und dann stehen italienische... Und daher auch die Frisur. Ja genau, also wenn irgendjemand sagt, was bist du denn von Beruf und ich sage, rat mal, sagen immer alle, du bist Friseurin. Friseurin, ja, genau.